Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In den einschlägigen Kreisen, da ist es längst bekannt, dass im afrikanischen Simbabwe vor gut einer Woche eine goldgedeckte Währung bekannt gegeben wurde, die kurz und knapp Simbabwe-Gold genannt wird. Und zwar um die dortige Inflation zu bekämpfen, die zuletzt mit unglaublichen 55% den höchsten Stand seit sieben Monaten hatte. Das wirklich Interessante ist aber, dass die Zentralbank von Simbabwe nur über rund 800 kg physisches Gold verfügt, aber immerhin rund 30 Tonnen Gold jährlich fördert und die Bergbauunternehmen auch künftig ihre Abgaben in physischem Gold leisten sollen. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass es aktuell noch viel zu früh ist, um die Auswirkungen vom Simbabwe-Gold zu beurteilen. Aber wir können zumindest konstatieren, dass Geld politisch das Gold nach wie vor größte Bedeutung hat und vor allem dann, wenn es um wirtschaftliche Selbstbestimmung geht. Jedenfalls werden wir uns in dem heutigen Videobeitrag einmal schlaglichtartig damit befassen, wie genau es um eine goldgedeckte Währung auch für Deutschland steht. Und wenn ihr noch mehr Videos zum Thema Gold und zum Thema Edelmetalle im Allgemeinen sehen möchtet, dann abonniert jetzt völlig kostenlos diesen YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Aber kommen wir endlich zum Thema. Die Grundvoraussetzung für eine beispielsweise Goldmark, das wäre oder besser gesagt, das ist ein sogenannter Dexit, also der Austritt von Deutschland aus der Europäischen Union. Aber selbst dann bleibt das wohl größte Problem, dass einem deutschen Goldstandard faktisch auf lange Sicht keine entsprechende Vergrößerung der verfügbaren Geldmenge gegenübersteht. Und das führt dann dazu, dass der Geldwert im Vergleich der Waren zunimmt mit solchen deflationären Folgen wie immer stärker werdender Produktion, steigender Arbeitslosigkeit und fallenden Preisen. Ja, das wäre zumindest dann der Fall, wenn es sich um einen klassischen Goldstandard wie nach dem entsprechenden Vorbild von 1870, 1880 handelt. Ja, und genau hier möchte ich dann ein Konzept vorstellen, das ich auch in meinem Buch Jahrhundertchance Silber darin ausführlich beschrieben habe, ja, nämlich eine staatliche Edelmetallmünze, wie beispielsweise eine Goldmark, die parallel zu ungedecktem Papiergeld umläuft. Und das Ganze könnte insofern funktionieren, respektive der Inflation entgegenwirken, als die Goldmark keinen Nominalwert hat, um so nämlich unbegrenzt im Umlauf zu bleiben und dann eine regelmäßige Wertnotierung durch die Zentralbank erfolgt, basierend auf dem internationalen Goldpreis. Worauf es aber maßgeblich ankommt, das ist die Voraussetzung, dass keine nachfolgende Notierung eine vorangehende Notierung unterschreiten kann, was eben auch dann gilt, wenn der internationale Goldpreis fällt oder aber die Wechselkurse steigen. Jedenfalls halte ich auf diese Weise eine zum Teil goldgedeckte deutsche Währung für durchaus denkbar, aber wie gesagt, ist die Grundvoraussetzung die absolute Unabhängigkeit von Deutschland. Ja, also raus aus der EU. Und natürlich auch wirklich fähige Politiker, für die das Wohl des deutschen Volkes an erster Stelle kommt. Und genau hier sehe ich den wohl gewichtigsten Grund dafür, dass ein deutscher Goldstandard, egal in welcher Form, ja, wohl eher unrealistisch ist. Aber wie seht ihr das Ganze? Schreibt jetzt gerne einen Kommentar mit euren Gedanken unter dieses Video. Einstweilen noch mehr Informationen zu einem möglichen Goldstandard, das erfahrt ihr ausführlich und leicht verständlich in meinem Buch Das Abenteuer Edelmetalle, auch sehr viel Historisches, ja, auch zum Goldstandard unter anderem. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine unabhängige Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt völlig kostenlos, wie gesagt, diesen YouTube-Kanal, aber nicht umsonst. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Euch alles erdenklich Gute. Habt eine tolle Zeit. Auf bald. 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 Auf bald.